Ein Brief ist für mich angekommen, wie wir liebten uns eins. Hilfe! Okay, schauen wir doch mal nach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ist das so? Nein, das ist nicht so, Arthur. Ah, okay. Ich... Meine Familie... Ich brauche deine Hilfe. Du meinst die Familie, die immer auf mich schützt auf mich? Du willst, mich zu helfen? Das ist mein kleiner Bruder, Jamie. Ich liebe immer Jamie, zumindest mit dem anderen. Er hat der Vater verletzt. Der Vater hat ein Herz? Ich mache mich nicht, Arthur. Mein Geld, mein Leben... Ich... Ich war gut genug. Entschuldigung. Wir brauchen deine Hilfe wirklich schlecht. Little Jamie hat die Chelonians gewonnen. Das selten religiösen Ort. Good für ihn. Sie sind ziemlich verrückt, Arthur. Sie werden ihn töten. Du bist der einzige Person, er hört sich an. Also... Ich bin zu schwer, zu verraten, mit deinem Familie. Aber es ist okay, mich zu helfen, und zu schützen deine Familie. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich verstehe, wenn du nicht willst, aber... Aber ich denke dir oft zu dir. Ich denke dir oft zu dir. Es ist eine lange Zeit, jetzt. Ich bedanke dich, Arthur. Ich sage, ich sage, dass Jamie live Jamie's Leben, und nicht das, 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 das. Wir sind ja gutherzig, ne? Nein, wir sind jetzt quitt, ich habe das Schwein erschossen. Oh nein. Oh, das arme Pferd. Oh Gott. Hinten liegt sogar noch ne Decke, äh, ne Haut. Wo müssen wir denn hin? Achso, die wird gelb eingezelt. Das liegt genau in der gegengesetzten Richtung. Aber okay, was tut man nicht alles. Ja. Was macht das? Das ist gar nicht so, Der Mann gar nicht lebt seine Hand um die Flie zu schnauern, außerhalb von einem zu schnauern, natürlich. Ein Bruder für mich hat nichts, aber ein Problem. Aber Biskit, er war ein guter Tier. Loyal, smart, brav. Er hat keine Guff, nicht von niemandem. Er hat einen von den Mountain-Büren einen Barsch zu mir einmal. Ich bin nach dem Dakotischen und habe einen schönen Tag. Er hat sich geflogen. Aber ich wundere und finde ein Schmerz ein Schmerz auf mich. Er wird und ich habe gemacht, weil die nächste Sache, ich weiß, Biskit hat seinen Ör aus. Er hat einen Schmerz so schnell. Oh, ja? Ja, hatte ein guter ähm, Laugh an äh, I tell the husband, what does he do? Should have never gone over there, honey? he says, gee, thanks. So, you live in Emerald Ranch, then? For the time being, I was looking for work, they was looking for some help with the gardens. Ich kann nicht verstehen. Ich habe ein altes Salon da, alles geöffnet. Aber ich bin in zu haben, und da gibt es Blut-Holle, alten Blut-Stains, etwas definitiv passiert da, aber ich konnte es nicht vorstellen. Ein einfaches Gefühl für den Ort. Either way, es ist es Zeit, dass ich mich lefte. Es ist jetzt, wenn ich mich verloren habe. Ich nehme meine Lieblings- und bin auf meinem Weg. Back home? Ich glaube. Ich glaube, mein Mann ist gerade wo ich ihn geöffnet. Ich habe ihn mit dem Bottle in Hand. Heh. Oh, wir sind jetzt nahe. Oh. 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 Hm, das ist wohl eine andere Bande, so wie ich das sehe. Oder ist das jetzt hier... Nee, das sind die, oder? Warte mal hier, mein Süßer. Oh, aber bevor ich das vergesse... Nehmen wir doch meine Waffe mit. Und was ist Chalonianismus? Nicht weniger als die recenten Rediscovery der Theologie. Hi, Jungs. Ach, der Schutzpanzer heißt also, alle werden runtergestoßen, nur er nicht, oder wie? Ach, der Schutzpanzer ist. Ach, der Schutzpanzer ist. Ach, der Schutzpanzer ist. Ach, der Schutzpanzer ist. Arthur? Der Schutzpanzer ist. Ach, der Schutzpanzer ist. Am I getting through to you now? Who do you think you are? That's enough, Arthur! Now, kid, come on. This is crap. You're better than this. Better than what? Better than one in Paradise? Better than thinking these fools know a damn thing about Paradise. Now, let me take you home. You're a sad man, Arthur. You're a real sad man. Sure, but come home. No, not a chance. Halt, stopp. Leave me alone, Arthur. Ja, lauf! Ja. Just stopp' and let's talk about this. I don't have to answer to you. Oh, bist du denn bescheuert, du Vollpfosten? Hä, wo ist denn jetzt hin? Hä? Hallo? Ach, ich Idiot bin meiner eigenen... Oh, ich bin so blöd. You really want to do this the hard way? Goddamn lunatic. Is this clear enough for you? Get off of him! That's enough, Arthur! Now, kid, come on. This is crap. You're better than this. Better than what? Better than one in Paradise? Better than thinking these fools know a damn thing about Paradise. Now, let me take you home. You're a sad man, Arthur. You're a real sad man. Sure. Come home. Not a chance! Leave me alone, Arthur. I didn't ask for your help. Ja. Come on, Jamie. Your sister's worried about you. I was doing just fine by myself. They're just using you. Telling you what you want to hear. What the hell do you know about it, Arthur? For Christ's sake, Jamie, just hold up a minute. I'll have to answer to you. Yeah. Steht hier nur, ich soll ihn verfolgen. Da steht ja jetzt nicht, dass ich ihn einfangen soll, ne? Ich probiere es trotzdem mal. Oh, I'll have to answer to you. Oh! You little jackass. Sorry, mister. Go on... What? You gonna do, Jamie? Live the rest of your life in the mountains with those people? They're my friends. Yeah. Hat der die jetzt gerade angeschossen? Okay. Nein, ich hätte den jetzt ernsthaft nur bis hier einholen müssen. Oh, es ist nicht wahr. Das war dann mal dein Pferd, ne? Oh, scheiße. Ich glaube, ich sollte den davon abhalten, sich umzubringen, oder? Scheiße. Ich denke, ich sollte auf die Waffe zielen. Ja, ich würde sagen, wir versuchen das Ganze nochmal. Scheiße. Ich weiß nicht, Arthur, ich werde, ich nicht mehr will, ich will mehr leben. Kid, einfach calm down. Lass mich alleine. Alf. Jetzt calm down. Schwachmaat Äh, Leute, was ist mit dem Pferd? Ja, super, und das Pferd lassen wir jetzt einfach hier stehen, oder wie? Ja, sehr gut, sobald ich es nicht. Schellonier, doch, wirklich? Du gehst für das? Sie waren sehr nett mit mir. Sie sind gut. Ich bin sicher. Bitte sag mir, dass du ihnen keinen Geld hast. Natürlich habe ich es. Sie verabschieden auf die Donation verabschieden. Jesus, Jamie, komm mal! Ich wollte nur glauben, dass es etwas gut sein könnte, einen Tag zu kommen. Ich glaube, das ist in der Wasser. Oh, will ich den fast reingebitten. Hallo, was machst du? Oh! 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 Der Vater hat mir gesagt, was du machst. Ich bin sicher, er hat er. Du bist noch mit Dutch und... Was war der Name? Hester? Jose, ja. Still das gleiche. Sorta. Und Annabelle und Bessie? Ich bin Angst, sie sind tot. Shit. Vielleicht Mary hat die richtige Wahl gemacht. Hier sind wir. Sie muss warten in der Mitte. Ja, wenn du mal mitkommst. Oh, hier kann man nicht schneller gehen. Du bist nervös mit sehen, nicht wahr? Oh, hallo. Hallo, Ma'am. Jamie! Jamie! Komm zurück. Bitte. Ihr Vater war sehr schade. Der Vater würde es nicht wissen, wenn er in seinem Bett stirbt. Aber ich komme zurück für dich. Mein Junge. Mein Junge. Mein Junge. Mein Junge. Komm schon. Oh, Arthur. Danke. Danke. Es ist gut zu sehen, Mary. Und du, Arthur. Und du. bist du. Das ist der Typ. Du bist... Kommt. Oh, du. Die ... hast du nie verändert. Ich weiß das. Umm, was ist der Typ. Bin ich Mann, ne? Die Frage ist, kommt man damit zurecht oder kommt man damit nicht zurecht? Ei, 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 der Ernste. Aber wir haben die Mission abgeschlossen. So, wir schauen uns mal kurz an, was wir hätten machen müssen, glaube ich. Überzeuge den Anführer, ohne Gewalt Jamie gehen zu lassen. Ja, toll. Hätte ich das vorher gewusst, das hatte ich ja schon mal gemacht. Aber der ist ja trotzdem immer weggelaufen. Dann habe ich mir gedacht, naja, okay, dann kannst du den auch erwürgen. Geht halt eben schneller, ne? Als dieses ewige Rumgelaber. Bringe Jamie innerhalb von zwei Minuten zu Mere zurück. Ja, sorry, also das geht ja gar nicht. Wie soll man das denn bitte schaffen? Aber gut, wir haben die Mission geschafft. Das ist alles, was jetzt zählt. Wo sind wir denn gerade? Dass es beim Sheriff Kopfgelder geben könnte. Da werden wir auf jeden Fall jetzt mal nachgucken. Und dann denke ich mal, wenn was da ist, dass wir dann auch mal eine Kopfgeldjagd machen werden. Und dann werden wir auf jeden Fall jetzt mal nachgucken. Und dann werden wir auf jeden Fall jetzt mal nachgucken. Und dann werden wir auf jeden Fall jetzt mal nachgucken. Und dann werden wir auf jeden Fall jetzt mal nachgucken. Und dann werden wir auf jeden Fall jetzt mal nachgucken.